New York, zehn Jahre nach dem Anschlag auf das World Trade Center. Wir wollen wissen, wie leben die Menschen heute mit der Erinnerung und der Trauer. Timothy Welty war Feuerwehrmann, damals 34 Jahre alt. Er hatte in der Nacht vor dem 11. September Dienst und wollte gerade nach Hause, als das erste Flugzeug einschlug. Er hatte sich bereits abgemeldet. Alle dachten, er wäre schon nach Hause gegangen. Niemand wusste, dass er sich in seiner Ausrüstung geworfen hatte und auf einen Wagen gesprungen war. Erst nach drei Monaten haben wir erfahren, was wirklich geschehen war. Erst am 11. Dezember rief uns der Leichenbeschauer, der Arzt, an und hat uns gebeten, die Überreste von Timothy zu identifizieren. Bei jedem Ereignis kommt alles wieder hoch. Wir kommen davon nicht los. Unsere Wunden können sich nicht schliessen. Wie meistert Adele Welty den tiefen Schmerz? Wir begleiten sie nach Long Island, wo sie eine gute Freundin treffen will. Talatandani ist vor über 25 Jahren aus Pakistan in die USA eingewandert. Hier hat sie ihre Familie gegründet und drei Söhne großgezogen. Amerikaner durch und durch. Einer von ihnen, Salman, war freiwilliger Sanitäter. Ihr starb mit 23 Jahren beim Anschlag. Durch das gemeinsame Schicksal sind die Katholikin und die Muslima seit damals vereint. Kennengelernt haben sie sich in der Gruppe Peaceful Tomorrows, Friedliche Zukunft, einer Vereinigung von Familien, die Angehörige am 11. September verloren haben. Sie engagieren sich über die Glaubensgrenzen hinweg. Der Tod ihrer Kinder soll nicht sinnlos gewesen sein. Hier habe ich einige Bilder von Salman mit seinen Brüdern auf einer Hochzeit. Das war Ende August 2001. Salman ist in der Mitte. Das andere Bild zeigt ihn im amerikanischen Football-Team. Was haben Sie gedacht, als Salman nicht nach Hause kam? Ich wusste, dass er dort hingeht, um Erste Hilfe zu leisten. So war er. Als Sanitäter wurde er so trainiert, rasch zu reagieren. Unser Prozess der Trauer kam dann verspätet, denn sechs Monate lang haben wir gehofft, dass er noch lebt. Es wurden doch so viele amerikanische Muslime von der Polizei festgenommen. Wann hat die Realität Sie angeholt? Um ehrlich zu sein, ich hatte immer gehofft, dass er inhaftiert ist. Sogar nach seinem Begräbnis. Das war meine Art, damit zurechtzukommen. Ich wusste, er ist tot. Aber ich konnte es mir nicht eingestehen, sonst wäre ich zusammengebrochen. Ich dachte mir, vielleicht studiert er wieder in England wie früher. Es ist so schwer, weil ich sein Gesicht nicht mehr sehen konnte. Das sagen alle. Es hat zehn Jahre gedauert, bis sich mein Land, die USA, auf meine Seite gestellt hat. Seit dem Tag, als Salman nicht mehr nach Hause gekommen ist, rede ich darüber. Zuerst haben wir ihn gesucht. Dann mussten wir unseren Glauben verteidigen. Wir sind anständige Leute. Gute Amerikaner. Aber die amerikanische Nation hat zehn Jahre gebraucht, um anzuerkennen, dass mein Sohn ein Held ist. Die Helden von Downtown Manhattan. Hier gibt es viele Plätze der Erinnerung. Wir sind auf dem Weg zum Tribute Center, dem Haus des Gedenkens. Lee IELP hat es gegründet und leitet es. Sein Sohn Jonathan wurde zusammen mit meinem Sohn Timothy getötet. Sie waren auf der gleichen Feuerwache, waren Freunde und spielten zusammen Hockey. Wir sind direkt neben Ground Zero, der gigantischen Baustelle, wo im September das neue große Ehrendenkmal eröffnet wird. Wer hier Feuerwehren im Einsatz zieht, denkt sofort an das Geschehen vor zehn Jahren. Lee IELP und Dale Welty haben sich verabredet, um die Gedenkstätte der New Yorker Feuerwehr gemeinsam anzuschauen. Hier werden ihre toten Söhne mit Namen, Beruf und Dienstgrad geehrt. Auf dem großen zukünftigen Ehrendenkmal wird dies anders sein. Alle 2977 Opfer des Terroranschlags erhalten dann den gleichen Status, unabhängig von ihrem Beruf. Das Relief draußen wurde von der New Yorker Feuerwehr speziell für die Feuerwehrleute gemacht. Es hängt an der Wache und ehrt die 343 Feuerwehrmänner, die am 11. September starben. In unserem Tribute Center wird auch von den anderen Menschen erzählt, die hier gestorben sind. Seit der Tragödie wird um die richtige Art des Erinnerns gestritten. Lee und Adele wollen, dass ihre Söhne auch auf dem offiziellen neuen Denkmal mit ihrem Beruf Feuerwehrmann genannt werden. Ich persönlich bin leider der Überzeugung, dass es inzwischen zu spät ist. Wissen Sie was? Es ist zu spät. Das Tribute Center ist ein kleines Museum neben der Baustelle des Ground Zero. Es wurde von den Angehörigen der Opfer gegründet. Warum ist es Adele so wichtig, dass ihr Sohn Timothy in Verbindung mit dem Beruf Feuerwehrmann geirrt wird? Timmy war nur beim World Trade Center, weil er Feuerwehrmann war. Er hat da nicht gearbeitet. Ich finde, es sollte gewürdigt werden, dass er kam, um Leben zu retten und dabei sein Leben verloren hat. Die Menschen auf diesen Bildern wurden sehr unterschiedlich aufgefunden, wenn man sie überhaupt identifizieren konnte. Viele blieben für immer verschwunden. Von Adels Sohn Timothy wurden noch Teile des Körpers entdeckt. Sie konnte Abschied nehmen. Doch bis heute kann sie nicht loslassen. Von Timothys Freund, dem Sohn des Direktors, der zur gleichen Zeit in der gleichen Einheit im Südturm starb, wurde der Mantel gefunden. Talat Handanis Sohn wollte Medizin studieren. Dafür machte er die Ausbildung zum Sanitäter und starb dann im Nordturm. Heute erlebt Talat im Queens College eine späte Ehrung. Ein Stipendium erhält den Namen ihres Sohnes. Die Unterstützung geht an eine pakistanische Medizinstudentin. Anfangs wurde Salman selbst als Terrorist verdächtigt. Wir hörten Gerüchte, dass Salman angeblich als Terrorist beteiligt war und nicht zu den Opfern gehörte. Unsinn. Ich hörte davon. Ein Student sagte mir, dass Salman als Verdächtiger gesucht wird. Ich rief sofort das FBI an und sagte, dass dieser Mann kein Terrorist ist. Wenn Sie wirklich Informationen über ihn brauchen, melden Sie sich bei mir. Ich habe nie wieder von denen gehört. In den Wochen nach dem Attentat lag ein Generalverdacht über allen Muslimen. Auch über den Vater der Studenten, die das neue Stipendium erhält. Meine Frau rief mich an und erzählte mir, dass mich das FBI befragen wolle. Normalerweise rufen die nicht an, sie kommen unangemeldet. Als ich nach Hause kam, rief ich zurück und das FBI fragte, wo sind Sie? Ich sagte, zu Hause. Und sie antworteten, okay, wir kommen. 15 bis 20 Minuten später kamen drei Leute und befragten mich. Einer sagte, ich weiß, das ist eine alberne Frage, aber ich muss Sie das fragen. Ich sagte, was denn? Er sagte, können Sie ein Flugzeug steuern? Ich sagte, ich bin nur ein Bautechniker. Sie haben fast alle Moslems überprüft. Die letzten zehn Jahre waren hart für mich als Amerikanerin, als amerikanische Muslima. Ich habe keine Angst und lasse mich auch von niemandem einschüchtern. Ganz egal, was sie über mich, mein Kind und meinen Glauben sagen. Es ist schwer geworden für die Moslems auf der ganzen Welt. Ich sage immer wieder, die Welt behandelt die Muslime genauso, wie die Amerikaner ihre muslimischen Mitbürger behandeln. Das Stipendium wird von nun an jedes Jahr an einen Studierenden mit pakistanischen Wurzeln vergeben. Eine späte Genugtuung für Talat und auch für Salman. Denn er fand keine finanzielle Unterstützung auf dem Weg zu seinem Traumberuf. Ich freue mich sehr über den Preis, eine Stiftung zu Ehren Salmans und seines Vermächtnisses an die Menschheit. Er opferte sein Leben. Sie versuchten, ihm im Tod seine Würde zu nehmen. Und das ist nicht gelungen. Er war einer der Helfer, der keinen besonderen Grund hatte, dort zu sein. Er war freiwillig dort. Das sollte anerkannt werden, dass er freiwillig zurückrannte und half. Es war nicht seine Pflicht, dort zu sein. Aber er war da. Nach der Zeremonie besuchen wir zusammen mit Talat noch einmal Adele. Sie zeigt uns die Strasse vor ihrem Haus, die nach Timothy benannt wurde. Eine Ehrung, über die es anfangs auch Unstimmigkeiten gab. Sie wollten die Straßentafel an diesem Pfosten hängen oder an dem dort drüben. Und ich sagte, nein, ich möchte einen eigenen Pfosten. Ich hatte gehofft, einige Straßen würden nach Salman benannt. Aber das geschah nicht. Das macht nichts. Ich bekam dieses schöne Stipendium. Ein sehr schönes Vermächtnis. Das ist etwas, das erhalten bleibt und die Menschen inspiriert. Es hält sein Andenken lebendig. Lange nachdem auch ich weg sein werde. Talat bringt uns zu dem Haus, in dem ihr verstorbener Sohn aufgewachsen ist. Nachdem wir von hier weggezogen sind, hatte ich vier Jahre lang nicht den Mut, vorbeizufahren. Jetzt bin ich nicht mehr traurig. Ich bin wirklich geheilt. Ich kann über Salman reden, ohne zu weinen. Da oben ist ein kleines Fenster. Er hat da einige Jahre gelebt, drei, vier Jahre. Wann haben Sie aufgehört zu weinen? Das ist jetzt das erste Mal, dass ich hierher komme und nicht weine. Wie beim Queens College. Ich fuhr da regelmäßig vorbei und war traurig. Seit es das Stipendium meines Sohnes gibt, kann ich hingehen. Es gibt mir Frieden im Sinne von, wie nennt man das, die Seele heilt. Jeden Tag, ich denke jeden Tag an Timmy. Hier war ein Türbogen. Hier unterm Treppenaufgang zum ersten Stock. Er hat diesen Bogen erweitert und Schränke hineingebaut. Hier ist meine Freundin Anne. I can't see anything. Oh, I'm so glad I'm here. Anne ist den ganzen Weg hierher gekommen, um bei uns zu sein. Peaceful Tomorrows trifft sich heute bei Adele. Die Angehörigengruppe wurde für ihre versöhnliche, friedliche Botschaft anfangs verachtet. Denn die Mehrheit der US-Amerikaner wünschte Vergeltung und Rache. Colleen ist eine der Sprecherinnen der Gruppe. Am 11. September war Anne immer am Telefon erreichbar. Nur in der Zeit während des Anschlags musste sie kurz weg. Während ich nach Hause zurückkam, dachte ich an den Sohn und den anderen Sohn und die zwei Töchter, die in New York City waren, und fragte mich, was mich zu Hause erwarten würde. In der kurzen Zeit, die ich weg war, geschah die Katastrophe und ich fand eine Nachricht meines Sohns auf dem Anrufbeantworter. Er sagte, auf Wiedersehen und I love you. Und ich wusste, mit you meinte er den Plural, euch. Er wollte sagen, dass er alle liebt, die er zurücklässt. Die Tochter von Anne war an diesem Tag auch im World Trade Center. Am späten Nachmittag erfährt sie, dass ihre Tochter lebt. In dieser kurzen Zeitspanne durchlebte ich den größten Kummer und die größte Freude, die einem Menschen widerfahren kann. Eines meiner Kinder lebte, und das andere war tot. Ich dachte, jetzt besteht die Gefahr, dich in den Tod zu verlieben. Aber das darf man nicht zulassen. Das ist nicht neu in der Geschichte der Menschheit. Es passiert immer und immer wieder. Menschen werden von Menschen getötet, die sagen, das ist okay. Nicht nur das, sie behaupten sogar, Gott ist glücklich, wenn du tötest. Ich glaube, das ist das, wofür es sich lohnt zu leben. Freude anzunehmen und gleichzeitig zu sagen, Töten ist völlig falsch. Das, was uns alle verbunden hat und uns auch heute noch verbindet, ist der Verlust. Das ist die gemeinsame Basis unserer Gruppen und Familien. Wir haben in den letzten zehn Jahren viel gelernt und hatten sicherlich auch nicht immer recht. Es passierte eine Menge im Irak. Es wurden keine Massenvernichtungswaffen gefunden. Tausende Soldaten starben und hunderttausende irakische Bürger. Wenn man sich fragt, was hat das alles mit 9-11 zu tun, dann ist die Antwort nichts. Wir haben diese Gesellschaft zerstört und haben jetzt unglücklicherweise dieses konkrete Beispiel. Wir dürfen das nicht wieder tun. Wir müssen bessere Wege finden. Wir sind zu klug, wir besitzen zu viel, wir sind zu vermögend, wir haben alle Möglichkeiten. Warum vertrauen wir immer wieder auf die militärische Reaktion? Es gibt so viele andere Wege. Wir sind wieder mit Adele unterwegs. Wir sind jetzt auf dem Weg zu Bruce Wallace, einem Mitglied von Peaceful Tomorrows. Er hat seine Neffen am 11. September verloren und das Projekt One-to-One Contact initiiert, das Highschool-Schüler aus Brooklyn mit Schülern aus Bagdad zusammenbringt. Bruce lebt in Brooklyn, einem typischen New Yorker Stadtteil. Wir werden freundlich empfangen. Bruce war früher Lehrer. Er kommt ursprünglich aus einer jüdischen Familie. In der Zeit nach dem Anschlag entschließt er sich, zum Islam überzutreten. Ich möchte dich gerne über den aktuellen Stand der One-to-One-Contact-Initiative informieren. Ich habe das schon einige Monate nicht gemacht. Mitgebracht hat er Fotos der Schüler aus Bagdad, im ganz normalen Alltag. One-to-One-Contact sollte ursprünglich nur irakische und amerikanische Schüler zusammenbringen. Dahinter stand die Idee, dass es jungen Menschen viel schwerer fallen würde, sich gegenseitig zu bombardieren, wenn sie gemeinsam über Musik, Essen, Freundinnen und Freunde reden. Eine sehr einfache Idee. Aber was passierte? Die jungen Leute wurden Freunde. Viele Mitglieder von Peaceful Tomorrows haben eigene Projekte, für die sie sich engagieren. Und Bruce war so großzügig, sein Projekt bei uns einzubringen. Er holte Menschen aus dem Irak in die USA. Viele unserer Leute haben dafür Geld gespendet. Und diese Menschen dabei unterstützt, sich hier niederzulassen. Oder auch eine Wohnung zu finden. Oder Kleidung für die Kinder. Szenen des Anschlags mit Mitch, dem Neffen, der als freiwilliger Helfer am gleichen Tag starb. Danach konvertierte Bruce zum Islam. Nach dem 11. September habe ich viele Iraker, viele Muslime kennengelernt. Ich habe begonnen, die Moscheen in meiner Umgebung zu besuchen. Und ich verliebte mich in die friedlichen Botschaften des Koran. Und in das friedliche Leben der Menschen, die daran glauben. Entstand eine antimuslimische Bewegung? Es gab eine unglaubliche Gegenreaktion. Ich denke, dass es in Amerika heute sogar noch schlimmer geworden ist. Die Medien sind dafür verantwortlich. Sie lieben die Unruhe, sie hetzen und sie übertreiben. Vor allem Medien wie Fox News, die es erlaubt haben, dass Menschen öffentlich lügen. Bruce zeigt Adele seine neuesten Projekte. Regelmäßig hält er Vorträge an Schulen und in Kirchen, um über die dramatischen Kriegsfolgen für die Zivilbevölkerung im Irak zu berichten. Außerdem lernt er Arabisch und steckt mitten in den Vorbereitungen, selbst ins Krisengebiet zu reisen, um die Jugendlichen zu treffen, die im Austausch mit den amerikanischen Colleges sind. Wir treffen uns noch einmal mit Talat, die uns zeigen will, wo sie betet. Das ist meine Moschee. Hier bin ich während des Ramadans und manchmal zum Freitagsgebet oder am Wochenende. Oder auch, wenn ich bestimmte Themen mit der Gemeinde diskutieren will. Der Mitarbeiter der Moschee fordert eine offizielle Erlaubnis. Warum regen Sie sich so auf? Sie sollten uns nicht ablehnen. Das ist auch mein Haus. Ebenso ist es das Haus Gottes. Ich bin eine Muslima. In einer Moschee gibt es nichts zu verbergen. Ich glaube nicht, dass Sie irgendein Problem damit haben sollten. Seine Reaktion irritiert mich. Warum verhört er mich? Ich habe das Recht, hier zu sein und am Gottesdienst teilzunehmen. Inzwischen telefoniert der Mitarbeiter mit dem Imam und gibt das Handy an Talat weiter. Er war sehr abwehrend. Das ist nicht richtig für uns Muslime, die wir hier leben. Der Konflikt lässt sich auch mit dem Imam nicht lösen. Wir bekommen keine Erlaubnis, in der Moschee zu drehen. Die amerikanischen Muslime fühlen sich stark bedroht. Immer wenn ich hierher komme, besonders am Freitag, sehe ich zwei große weiße Männer in langen Trenchcoats, die direkt vor der Moschee stehen. Direkt am Eingang beobachten sie, wer rein und raus geht. Das provoziert noch mehr Angst bei den Gläubigen. Wenn die Männer etwas wissen wollen, sollten sie doch einfach reinkommen. Dieses Draußenstehen ist sehr bedrohlich. Da sind Zusammenarbeit und Dialog nötig. Auf beiden Seiten. Ja, die amerikanischen Muslime fühlen sich sehr bedroht. Wir kommen zum letzten Besuch in Talats Haus. Nach dem Tod ihres Mannes und ihres Sohnes Salman hat sie mit dem Malen begonnen. Mit kräftigen Farben arbeitet sie gegen die Trauer. Die Bilder sind für sie Ablenkung und Aufarbeitung in einem. Das ist unser wichtigstes Anliegen. Wir sind nicht für das verantwortlich, was an jedem Tag geschah. Und wir sind auf keinen Fall verantwortlich für diese ausländischen Kriminellen, diese Terroristen. Wir haben die gleichen Rechte wie jede andere Glaubensgemeinschaft in Amerika. Wir bezahlen unsere Steuern und wir sind loyale, gesetzestreue Bürger. Es gibt diese grundlose Angst. Die Amerikaner haben den Islam auf eine sehr gewaltsame Art kennengelernt. Wenn man noch nichts über unseren Glauben gehört hat und ihn dann durch Tod und Gewalt kennenlernt, ist man wütend, zornig. Also es ist am besten, miteinander zu reden und dazu zu stehen und zu sagen, ich bin Muslima und ich bin Amerikanerin. Die Leute sind noch immer wütend. Aber sobald sie begreifen, dass ich meinen Sohn in den Twin Towers verloren habe, zeigen sie Mitgefühl und ihre Ängste lassen nach. Das ist der einzige Weg, gegen die Ignoranz zu kämpfen. Wir verlassen Talat und fahren an unserem letzten Tag mit Adele nach Conny Island. Das Gespräch im Auto verstummt, als wir einen Erste-Hilfe-Einsatz und Unfall sehen. Wenig später empfängt uns Bruce. Er zeigt Adele zum ersten Mal die Gedenkstätte für die Feuerwehrleute von Brooklyn. Gemeinsam wollen sie sehen, ob auch der Name seines Neffen Mitch als Sanitäter hier zu finden ist. Das Denkmal hält schließlich für alle eine Überraschung bereit. Adele entdeckt das Bild ihres Sohnes Timothy. Hier werden also neben den Feuerwehrmännern von Brooklyn auch die Opfer aus Queens und alle anderen Ersthelfer geirrt. Das ist überraschend. Auf der Website stand, dass nur die Feuerwehrleute aus Brooklyn vertreten sein würden. Deshalb freue ich mich wirklich, das zu sehen. Beides. Timothys Namen als Feuerwehrmann und sein Bild. Ein wirklich schönes Bild von Timmy. Ich habe es nie zuvor gesehen. Was bedeutet Ihnen das? Sehr viel. Es bedeutet mir alles. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020